ja und das ist mein bild mit der klimaschutzversion der festspiele europäische wochen ich habe mir das habe ich 2019 gemalt ich habe mir dann überlegt schaut doch mal die wochen die kalenderwochen an wo die einzelnen länder ihre nationalfeiertage haben und das war der dritte oktober 2019 war eben die 40. kalenderwoche und deswegen geht es ja ums vaterland deswegen habe ich an der an der narbe des winterrades den kopf einer gehirnzelle gemalt mit synapsen dran mit am bad für den vater und in schwarz rot gold und da heißt ja blütenglanze dieses glückes blühe deutsches vaterland deswegen habe ich hellgrüne blütenblätter gemalt und zur unterstützung der lgbtq gemeinde im parser habe ich im hintergrund in den formen der regenbogen flagge genau gemalt auch als gegenstück zum zurück zu den nationalstaaten weil dies ja nicht sonderlich viel mit rechten der lgbtq gemeinde haben dann wiedersehen